ja hallo ja hallo leute ich bin jetzt bin ich wieder zurück und ich lebe wieder ja genau wir spielen eben schon wieder dieses level und ja also es ist immer noch dumm durchzufahren deshalb werde ich jetzt einfach mal versuchen dann werde ich einfach mal versuchen wirklich in dem wagen zu landen und zwar so genau und ja für was habe ich überhaupt diese schutzschilder drauf ja das ist dumm einfach nur dumm jetzt müsste aber gehen ja das funktioniert gut dass es funktioniert jetzt wenn wir jetzt wahrscheinlich noch immer in diesem level ah eine frau hallo brau ok was soll der scheiß wir gewinnen einfach noch einmal ja klar sicher so hmm wie hopp hmm ne ja ok fahren wir hinterher ne funktioniert auch nicht wir fahren also wieder da rein in diesem wagen ok ne wir haben es nicht geschafft ok das darf es doch nicht sein einfach noch einmal probieren einfach noch einmal probieren ach komm das ne ne das muss jetzt nicht sein oder ok ein versuch noch und jetzt schaffen wir es nicht bis es mir ehrlich geht und runter da rein ach komm warum bin ich gesprungen ich kann mir das mal nicht mehr sagen warum bin ich gesprungen ich habe schon wieder meine zukunft in der hand ich habe schon wieder meine zukunft in der hand da springe ich ihm sofort oh ja genau zwei pfeile wir schaffen es ok langsam ne 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 nein 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 ja wunderschön was haben die da eigentlich gegen uns ich meine tun denen ja nichts ok nein ja jetzt funktioniert sie sehen uns ach mir fällt das Ding nicht los ach ja dieses Level so viele Aufregungen ok und so da drüber wir machen uns klein da drüber da drüber da drüber und wenn möglich über den Baum über den Baum über den Baum nein 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 schon wieder da drüber sie ist mir das hier sind das ich habe immer noch keinen Plan was das sein soll naja ab in den in den Wagen nein scheiße klar klar und so aber jetzt müsste es klappen denn nein ich klappe es wieder nicht ok aber jetzt wir sehen uns nicht ja sie schießen auch nicht drauf denn sieht ja nicht bedrohlich aus von Teil aber ok es geht weiter es geht weiter kann nun diese Frau vorbei unter dem Baum und über diesen Baum drüber ach komm was ist das hier für eine ja klar ich bin mir echt verarscht von denen echt ich weiß jetzt gar nicht mehr wie das hier heißt aber dann schauen wir später gleich nach oh oh habt ihr das gesehen what the fuck was war das jetzt viking revenge 3 ist es ähm ja Wikinger die Wikinger aha das ist der Hammer von Thor von Thor der Hammer denn die Wikinger hatten ja als Gott Thor beziehungsweise sein Vater Odin und ja das ist sicher der Hammer ähm ja wir lassen den Helm hier und so über ihn drüber und der Frau vorbei unter dem Baum durch und jetzt über den Baum über den Baum über den Baum über den Baum oh 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 nein ich weiß was ich tun muss jetzt habe ich's jetzt habe ich's jetzt habe ich's gebet steht wahrscheinlich schon in den Kommentaren was ich tun muss aber jetzt habe ich's ich ich lebe juhu ich habe sie überlebt ha ihr loser ha gay gay ihr scheiß wikinge ihr kennt mir gar nichts ha 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 das mache ich immer leingehangen mach ich das lalala 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 so jetzt da runter ja klar ich verliere an dem Baum einfach mal so meine Gliedmassen und fall wieder ein ok so jetzt probieren wir's aber mit dem wagen ich will da gar nicht durchwander ich schaff's wieder wieder nicht ähm ab in den wagen ab in den ja gut ähm gut die was ja klar die haben uns gezogen scheiß haben wir ok und oh nein das habe ich gemacht ich bin hier gesprungen so jetzt langsam schön rein fallen genau und geh zu geh zu wie zu wie zu wie zu wie zu wie zu wie zu so knapp dann so den drum um stoßen und wie zu hopp und der drauf vorbei unter dem baum durch so ja ja klappt doch juhu wir sind auf dem schiff und wir fahren los wir sind ein wikinger toll ja ok ähm accept menu wir starten auf jeden fall noch das nächste level und sehen uns das an einfach so weit spaß macht einfach so weit spaß macht so weit unten das gibt es doch nicht ah der maus hole ok und zieht ihm zu mausefalle 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 ok ähm so ein mausefalle ist nicht gerade ungefährlich ok wie bin er hinterher ah sie leuchtet gut slow ok wir fangen langsam ok aber wir leben noch und wir sind draußen ähm und haben wir nicht geschafft ja also dann hätten wir heute auch jetzt 2 level gelassen was uns gleich so letztes mal ist aber nicht gerade beeindruckend ist aber gut ich hoffe euch hat es gefallen ähm wenn ja könnt ihr mir die bewertungen gelassen wenn nein schreibt ihr mir in die kommentare warum nicht und was ich besser machen kann nächstes mal dann gehen wir weiter mit ähm TX keine Ahnung TX aber TX also Motorsägen Massaker und ja ich hoffe wir sehen uns nächstes mal wieder bis dahin leute und ciao tX